Im Grunde genommen möchten alle gerettet werden. Aber ist das nicht ein bisschen viel verlangt von einer Idee? Achtung, Achtung, hier spricht der Kapitän. Es ist 2 Uhr und ich befehle, rette sich, wer kann. Raubt, was man euch geraubt hat. Nehmt endlich, was euch gehört. Auf, was scharrtet ihr noch? Mei, das war ein Ding als gut. Und da ging es, war ein Halter, der hieß, schreit. Da heutzut die große Kessel an. Ja, es war Erzenbrei mit Speck, da schwammt immer auf einmal der Keller. Käpt'n, ich hätte Erzen mit Speck und auf einmal schritten in den Teller. Der Käpt'n sagt, du hast wohl Angst, bedenke Schein, was du mir verdankst. Du setzt dich auf den schwarzen Arsch und ich setze meine Puppen im Marsch. Es ist nicht wie ein Gemetzel, wie eine Puppe. Es blutet ja niemand, es wird ja niemand zerreicht. Es ist nur so, dass es mehr und mehr wird. Das kann doch meinen Silber nicht erschöpfen. Toll, ganz, steil, ganz groß. Oh, das ist... Oh, ist das ein Gericht. Das ist ein kruss, das ist ein kruss!